Hey meine lieben Fugiks, wie eben schon gelesen, das ist die letzte Folge, wundert euch bitte nicht, warum es am Ende so abgehakt ist. Ich weiß es selber nicht, ich habe auch nichts gefunden, was dahinter kommen könnte. Naja, also dann wird das Let's Play ab sofort so an sich gelivestreamt. Aber die Lifestreams werde ich dann in 15 Minuten folgen, hier auf YouTube auch hochladen. Also viel Spaß mit dem Video, tschüss. Ja, da werde ich hier noch keine Fackeln angebracht haben. Zum Glück habe ich das ja mit dem Ausleuchten immer so drauf. Da eine Fackel, da eine Fackel, da eine Fackel, da eine Fackel. Hauptsache nicht dunkel. So Leute, ihr habt gemeint, ähm, von wegen Bett und so. Achso ihr habt schon. Also ab dem Grund hat es wieder funktioniert scheinbar. Stoppt der Große, der muss werden. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich auch wieder von euch verabschieben, wie die Zuschauer. Und ich denke, ich nehme wahrscheinlich morgen noch einen Teil auf, weil ich heute einfach keine Ambition mehr habe, weiterzubauen. Und dann ist das leider so. Also ich denke, ähm, morgen nehme ich dann weiter auf. Und dann machen wir noch ein Event. Und dann... Hau da raus, Leute. So, ich habe einfach nur keinen Bock mehr aufzunehmen. Ey, was, denn hast du dir eigentlich schon Leder genommen aus meiner Kiste? Hm, ja, äh, 14 hatte ich. Ha, achso, das ist mir mal nicht aufgefallen. Wie macht man doch mal ne Angel? Äh, äh, ich habe Wikipedia mit dabei offen. Ganz ehrlich, bevor ich da noch irgendeinen Schalter draus raue, oder? Noch einen beschisseneren. Äh, du brauchst drei Sticks und zwei Fäden. Die Sticks tust du diagonal von der unteren linken Ecke. Achso, so macht man das. Stimmt. Und dann, äh, so. Angel auf, halt zaubern. Na gut. Digga, was ist das hier alles? Was meinst du? Könnte man aus der Angel was Gutes rausbekommen? Das ist ne Hühnerfarm. Äh, okay, das... Klar, aber was ist das mit dem Schneemann? Was hat das damit aufsicht? Da kann ich mir Schnee farmen. Schnee farmen. Okay. Okay, und, und, ähm, das hier? Cobblestone, genau. Raider, oder was? Äh, Kuhfarm. Kuhfarm? Ja, die Kühe werden züchtig da oben. Dann fallen die da durch das Gitter runter. Äh, werden groß hinten in der Lava. Und verrecken dann da, und geben mir halt ihr Fleisch und ihr Leder. Jaaaa. Digga, wie viel spawnen da? Glück des Meeres 1. Die spawnen, die hab ich, die hab ich alle gezüchtet. Achso, die, die sind schon da gewesen. Die hab ich gezüchtet, aus drei. Zwei Erfahrungen. Ja. Ich brauche... Einfachkeitsrike, Glück des Meeres 1 und Köder 1. Wow. Ich kann mich schon mal besser Fischer angeln. Und was sind das für Sachen hier? Bunker, weißt du? Da unten hängen riesige Hakenkreuzfaden. Ach, hier sind noch mehr, äh... Diese rote Faden mit den weißen Punkten, ne? Hier sind noch mehr Farms, Dinger, ähm, Felder. Ja. Natürlich. Alles klar. Das hast du gesagt, Jungle Biome sind extrem weit weg. Huiiii. Boah, fick dich doch, alter. Da hat aber nichts passiert, was? Doch. Nur eins. Okay, nur eins. Ist ja nicht so schlimm. Ja, minimal. Du weißt, warum Leute einen Zaun um ihr Grundstück bauen, oder? Natürlich, aber der Zaun ist leider nicht groß genug. Ich glaube, ich bin einfach drüber gesprungen. Siehst du, wie toll ich springen kann? Kommt schon, Fischer. Weißt an. Ich geh mal zu Justin. Oh, hallo. Toll. Du musstest genau dann mich wegschubsen, als meine Angel draußen war und da jemand ankam. Und genau deswegen hatte ich meine Angel zu früh reingezogen. Oh, Tasten hat den Schwanz eingezogen. Angel, du Vollhorst. Freiheit für die Tiere. Guck da mal lieber nach. Freiheit für die Tiere. Oh, ich habe einen, ähm, Robelkabel. Guck da mal lieber, was Max lacht. Freiheit für die Tiere. Boah, fick dich doch einfach. Die wollen da nicht rausgehen. Ach, nein, der eine ist, ja, komm, ich boxe dich in die Freiheit. Oh, ho, 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 ho. Alles klar. Ich bin mal im Bett, das war, das war alles nur, nur ein Test. Lol. Ich habe einfach einen Name-Tag bekommen. Wie, wie können die da durch? Da können die nicht durch, oder? Doch. Jetzt lass das einfach sein. Okay. Da ist jemand sehr wütend auf mich. Ja. Macht doch gar nichts. Es ist ja nur ein Schwein entkommen. Ach, komm schon. Und hast du denn jetzt dein Haus schon fast fertig gebaut? Ui, zwei rohe Kabel, ja. Max, wie wär's, wenn du jetzt ins Bett gehst? In real life? Ja. Wo sonst? Schau, wie viel kann man nicht ins Bett gehen? Machst du denn mal den Slash-Kill-Buffet? Mhm. Wow, eine Wasserflasche. Sicher? Ja. Da war ein Kabel, ja. Ich lass mal den rohen Fisch einfach so in meiner Flasche, äh, Tasche. Ah, das war nicht der Slash-Kill-Buffet? Digga! Das war der Slash-Kill-Buffet. Ganz. Hier, guck, ich komm zu dir. Ich komm zu dir, das ist mir egal. Mach doch schon bei diesem teilen, äh, Red Bull. Hier, ich steh bei dir. Hier, ich steh neben dir. Ich mach nix. Dennis. Das... Oh, ich hab das Red Bull nicht mehr. Ja, mach... Guck mal, ob du das noch irgendwie bekommst. Ist das ein, äh, Dings? Ich denk, das ist ein Bug. Komm schon der Auftrags hin. Was hilft dagegen nicht? Guck... Guck... Ja... Tast und angelt. Geh weg, du. Oder warst du das... Warst du das mit dem... Flash-Kill-Buffet? Ui... Noch einen guten Nutz. Ich glaub, du solltest wirklich mal pennen gehen. Ich weiß nicht. Toll. Ich denke, dass du mir hier den ganzen Zuckerrohr ansetzt. Die sind mir aus der Hand gefallen. Ja. Hauptsache, die Kürbislächeln einen alle voll an. Das sind glückliche Pumpkins. Ich dachte grad, du hast da ein paar neue gesetzt. Nein, gar nicht. Die sind alle natürlich gewachsen. Ja. Das fiel mir dann auch auf. Schön, dass dein Akku fast leer ist, Handy. So, ein bisschen angeln. Das muss ja auch mal sein. Ich hab ja da zum Glück ne super Angel. Du musst natürlich was richtig geiles am Ding haben, ne? Am Haken. Okay. Ups. Ist ja unsichtbar. Ja. Ne. Ja. Wie auch immer, ich trotzdem noch den Fisch bekommen habe, ohne zu sehen. Ich glaub die Aufnahme kannst du vergessen. Der letzte. Irgendwie ja. Und er spawnt 25.000 Squids. Was? Kannst du die angeln? Nein. Geht das nicht? Ich hab grad gesehen, dass Max äh... Ich hab grad gesehen, dass Max äh... Ich seh ja deine Partikel hier. Ich seh ja deine Partikel hier. So. Los, bau die mal ab. Danke für den einen Anvil. Obwohl... Bau die mal alle ab. Warte mal, hör mal auf, Justin. Zwei Anvils sind... Ey. Gib mal bitte den Anvil. Ey, das müssen wir mal... Müssen wir als... Müssen wir als... Müssen wir als Spiel machen. Immer... Einer muss sich... Cool. Das müssen wir so bei den Minigames machen. Einer baut sich hoch, ne? Und die anderen versuchen den runter zu... Hauen irgendwie. Das macht bestimmt Spaß. Digga! Was denn? Wie hast du die so schnell abgebaut? Das Geheimnis von Dennis. Ich bin ein Vicky Kurz, alter. Entweder das war ein Hex oder... Oh je. Wieder noch. Echt, was war das dann? Poppenfisch. Mhm. Dennis, wie hast du das gemacht? Bei der Tastin. Buckusing. Buckusing. Alles klar. Buckusing. Du brauchst die unter Wasser nicht setzen. Ich wollte nur schauen, ob man die auch unter Wasser setzen kann. Natürlich. Na genau, der Fisch geht wieder. Danke, ich hab' meine gesammelt. Ich hab' meinen gesammelt. Ich hab' den aufhoben. Danke. Und? Hey, noch ein... Gab' den aufhoben. Warte, komm' mit, ich hab' einen besseren See. Nee. Meinst du hier jetzt so zwischen? Geht das? Nee, warte, komm' an. Man kann hier zwischen auch angeln. Dennis. Wo ist hier zwischen? Ja, bei meiner Frage. Ja. Aber da kommen keine Splash-Effekte. Wo? Ich kann nicht gleich... Typen. Dieser Kleiner oder... Der hier? Das war mal ein riesiger Fluss. Der hier? Ja, war. Bevor ich halt kam, aber... Lange Geschichte, kurzer Sinn, ich hab' die Umwelt zerstört. Ah, das hat jeder in Minecraft. Typisch denn es halt. Hühnerfrau, Schreinefrau, Kuhfarm, Umwelt zerstört. Umweltbruchsfarm. Anti-Umweltverfahren machst du, ne? Boah, Alter, wenn's das als politischen Posten gehen, würd ich den machen. Das wär' der einzige Posten, der dich richtig gut könnte. Mhm. Wann mal, Dennis? Ich glaub' näher geht's jetzt. Oh! Ahaha. Sehr nötig. Ich glaub' du hast ein paar Items von mir. Wow, das einzige was du nicht genommen hast, ist mein Bogen. Ja, weil dann mein Inventar schon voll war. Ja, weil dann mein Inventar schon voll war. User left your channel. Tschöö, Max! Endlich ist der weg, alter ich hab' keinen Bock mehr auf den. mhm Endlich wieder entspannt zocken, ne? Der ist so krass nervig, einfach Warte, den Rest ist ja möglich, als man sich in dieser These Warte mal Was? Da hab ich nicht mehr eben... Ich hab schon mal so ein paar Ava gebraucht Da hab ich nicht mehr eben TP'n Ja Der Anfang Für? Guck mal, welche Welt wir sind Du hast gesagt, ich darf nicht mehr da weiterbauen Guck mal, welche Höhe wir sind 32 Na gut Über uns ist einfach nur schwarz Ich hab kein Jermut, ich kann da nicht hochschwimmen Ja, aber... 30 Blöcke Wasser sind überall Dass das schon nicht einbricht Ne, guck dir doch mal an, das ist Made in Germany Geht das mit zu Respekt? Ja Diesmal schlage ich dich nicht Du hast schon deine Kürbisfarm Anfangs Melonenfarm schon im Haus gebaut Ja, aber ich hab keine Melonen Warte mal, wo ist mein Brot? Brot Brot Achso Brot Wie viel hat's? Keine Ahnung Ebener einfach Ja, und was mit 40 hatte ich Ja, das geht auch Was mit 40 hatte ich? Blblblblblblblblblbl Ja, das geht auch Die einzige Reaktion da drauf Mhm Dass die so eine halbe Tonne Brot dahingerotzt haben Ja, das geht auch Das geht auch Wenn ich ist der weg, alter Aber wollen wir eigentlich gleich mal am Spawn vielleicht weiter bauen? Ja, Leute, dann hab ich auch einen Grund gegeben, um einen zu spielen Mhm Ja, dann würde ich mal sagen Hätte rein, Leute Tschüssi Pfff Krönendes Ende Danke Solange das noch in der Aufnahme mit war, ist mir das egal Es war mit in der Aufnahme Boah, perfekt Ich nehm sogar gerade immer noch auf Naja, ich werd gucken, dass ich jetzt mein Schrott hier alles speichere Also dann speichere Alter, wie gön- Wie gön- ich vertoste Das stimmt 細asien Das stimmt Das stimmt Also dann